Hallo, ihr wunderbaren Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten, herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden. Ihr könnt mein Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Die Infos findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr bei der Verlosung auch 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Deshalb bleibt dran. Liebes Planet Venus steht noch bis zum 19. September in einem schönen Aspekt zur Schützesonne und im Haus des Fernwehs. Wenn ihr es einrichten könnt, solltet ihr noch mal auf die Reise gehen, denn dort könnt ihr der Liebe begegnen oder auch mit eurem festen Partner schöne neue Eindrücke erleben, die eure Verbindung festigen. Und das am besten noch in den ersten zwei Wochen, denn im Laufe des Monats gehen die persönlichen Planeten Merkur, Mars und Venus in Spannung zur Schützesonne und ihr habt mehr und mehr das Bedürfnis, euch eurer Karriere oder auch eurer wahren Berufung zu widmen. Jetzt wollen wir uns eure Sterne genauer anschauen und wir fangen an mit dem Erlebnis-Hintergrund, mit den Aspekten, die langfristig auf die Schützesonne wirken. Und da ist bei euch so einiges los, allen voran das Quadrat Neptun. Das ist ja ein durchaus herausfordernder Aspekt. Neptun bewegt sich sehr langsam und er steht einerseits eben für Romantik und Spiritualität, andererseits aber auch für Täuschung und Verschleierung. Und diejenigen von euch, die damit zu tun haben, die wissen, was ich meine. Es entstehen Missverständnisse, es gibt Heimlichkeiten, entweder durch euren Partner oder durch euch selbst. Und es ist nicht immer einfach, bei sich zu bleiben, klar zu bleiben und ehrlich zu bleiben. Und das ist aber eben ein ganz großes Thema. Neptun hat auch mit Täuschung und Enttäuschung zu tun, dass man vielleicht sehr hohe Erwartungen hegt und die dann enttäuscht werden. Gerade die Schützen sind ja so Visionäre, die immer an das Gute glauben wollen und es klappt eben auch nicht immer. Also das ist ein bisschen schwieriger Aspekt und der Neptun steht für euch im Haus der Familie, kann auch Familienmitglieder beschreiben, die vielleicht hilflos sind, eure Hilfe brauchen, was sehr anstrengend ist. Und es kann auch sein, weil hier auch der Bereich der Heimat ist und Neptun ja einem so ein bisschen vernebelt, dass ihr vielleicht euch so ein bisschen entwurzelt fühlt und das Gefühl habt, ihr gehört da nicht hin oder ihr gehört nicht dazu. Ja, also ich kenne zum Beispiel einen Schützegeborenen, der mir immer erzählt, dass er in so eine ganz enge Familie eingeheiratet hat, aber dass er nicht so richtig das Gefühl hat, voll und ganz dazuzuhören. Das wäre so ein zuzugehören, meinte ich. Und das wäre halt so eine typische Neptun-Entsprechung. Das spüren diesen Monat besonders die Geborenen, die zwischen dem 2. und 5. Dezember Geburtstag haben. Und da hängt dann auch noch das Halbquadrat zu Uranus dran, der an sich ja günstig zur Schützesonne steht. Aber auch für euch gilt, wenn ihr im Internet jemand kennenlernt, müsst ihr einfach damit rechnen, dass die Leute noch ein Geheimnis haben, dass die ihre Meinung nochmal ändern oder dass sie sich eben auch einfach ganz falsch darstellen. Vielleicht seid ihr es auch selber mit dem Neptun-Quadrat. Das ist auf jeden Fall Thema und deswegen würde ich euch eben auch raten, da die 90-Tage-Regel zu beherzigen, wenn ihr jemanden kennenlernt. Das heißt, euch das drei Monate angucken und dann erst tiefer einsteigen. So, der nächste Aspekt ist dagegen sehr positiv. Das ist das Sextil zu Jupiter. Und der steht sehr schön für euch im 11. Haus der Freunde, in einem super Zeichen und im super Aspekt zur Schützesonne und dann auch noch euer Herrscherplanet. Also wunderbar. Der steht jetzt hier in der dritten Dekade und beglückt die Geburtstagskinder vom 14. bis 20. Dezember. Hat in diesem Monat auch keine schwierigen Aspekte, sondern überwiegend nur gute Aspekte, auch zur Venus. Also ich denke mal, wenn ihr diesen Aspekt habt, dann könnt ihr euch freuen. Das ist toll für eure Freundschaften und natürlich auch für Singles wieder, um neue Leute kennenzulernen. Dann haben wir Saturn. Der steht ja im Schützen für euch in Konjunktion und daneben auch noch gleich die Lilith. Das ist durchaus eine Herausforderung. Saturn, wisst ihr ja, habt ihr schon länger mit zu tun. Das ist so ein Läuterungsaspekt. Da muss man Verantwortung übernehmen. Da kann man nicht dauernd nur an sich selber denken, sondern muss oft wirklich an das denken, was man für andere tun muss. Beruflich ist das auch oft eine sehr anstrengende Phase. Und man muss auch lernen, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und oftmals auch wieder auf den Teppich zu kommen. Schützen sind ja immer so gerne ein bisschen als Hans Kuck in die Luft unterwegs und der Saturn, der holt euch halt runter auf die Erde. Ist aber letztlich ein Aspekt, an dem ihr wachsen und reifen könnt. Wenn ihr das überstanden habt und das gemeistert habt, gerade auch in einer Beziehung, dann werdet ihr euch wesentlich reifer und gelassener fühlen. Und vor allen Dingen ist es auch ein guter Aspekt, um wirklich was zu erreichen, für das, was einem wichtig ist, um voranzukommen. Und mit der Lilith dabei, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Lilith ist ja die wilde Göttin. Es bringt also auch eure wilde Seite hervor, die kompromisslose Seite. Sehr kreativ ist das auch. Und es ist auch durchaus ein politischer Aspekt, mit dem man also unbequeme Wahrheiten hinaus posaunt gerne. Das ist ja sowieso euer Ding. Ihr müsst ja diesen Monat auch ein bisschen aufpassen, weil wir auch diese Merkur-Mars-Aspekte haben. Also das könnte alles gleichzeitig auf euch wirken, wo ihr einerseits diese Verantwortung habt, aber andererseits auch kompromisslos seid. Am besten ist der Aspekt für Künstler. Also diejenigen von euch, die Künstler sind, die sollten jetzt auch ruhig mal ihren Partner bitten. Das habe ich ja im August schon gesagt. Das trifft auch immer noch zu, euch ein bisschen Freiraum zu lassen, damit ihr euch entfalten könnt, weil ihr da jetzt wirklich eine tolle Phase habt. Und die Konjunktion zu Saturn, das wirkt auf die Geburtstagskinder, die zwischen dem 12. und 15. Geburtstag haben und die Konjunktion zu Lilith, 14. bis 17. Dezember. Da ist also eine Überschneidung da, wo dann eben beide Kräfte auf euch wirken. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, auch gerade zu dem Lilith-Aspekt, gerne mal eine Beratung bei mir buchen. Dann haben wir noch das Trigon zu Uranus. Der steht schön für die Schützesonne, nämlich im fünften Haus. Macht euch kreativ und experimentierfreudig, sowohl was Affären und Sexuelles angeht, als auch künstlerisch. Und diesen Aspekt empfangen jetzt diejenigen, die zwischen dem 18. und 21. Geburtstag haben. Und zum Schluss des Monats gibt es dann auch noch eine schöne Verbindung mit Venus und Lilith zu diesem Aspekt. Das macht euch dann auch noch mal sehr, sehr kreativ. Aber auch für diejenigen gilt Vorsicht hier mit diesem Halbquadrat, wenn ihr neue Leute kennenlernt, besonders im Internet-Dating. Immer daran denken, dass jetzt die Gefahr besonders hoch ist, dass sich da Leute ganz anders darstellen, als sie wirklich sind. Ihr seht schon, es ist also viel los, schon auch langfristig bei euch. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Aspekten des Monats. Und der September geht los, natürlich mit der Sonne in der Jungfrau. Die ist für euch im zehnten Haus, im Berufshaus. Und dann habt ihr die Liebesplaneten Venus, Mars und außerdem auch Merkur und Mondknoten, alle in einem schönen Trigon-Aspekt, guter Aspekt zur Schützesonne. Die Venus für die erste Dekade, die übrigen Planeten für die dritte Dekade. Nur eben mit Merkur und Mars müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und das gilt jetzt besonders für den dritten September. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil da sich Merkur und Mars verbinden. Und da hat man eine scharfe Zunge, muss man aufpassen, was man sagt. Und im neunten Haus kann es zum Beispiel sein, dass es da einen Streit über eine Weltanschauung oder Philosophie gibt. Und das solltet ihr einfach ganz weglassen. Da solltet ihr ganz gelassen drüber stehen. Dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden am 4. September. Das ist ein Tag, wo eure Freunde euch besonders vertrauen. Und da können sich Vergangenheit und Zukunft verbinden, weil da nämlich der Mond am absteigenden Mondknoten steht. Und das Ganze ja eben auf der Achse der Philosophie und Erkenntnisse. Und da Venus und Mondknoten bei euch dort auch stehen, kann das also auch tiefe Erkenntnisse über eure Beziehungen bringen. Da beginnt dann auch das Trigon der Venus, den Durchgang durch die zweite Dekade. Und damit für euch günstig für die zweite Dekade vom Schützen. Am 5. September geht der Mars ins Zeichen Jungfrau und damit auch in euer Karrierehaus, aber auch in Spannung zur Schützesonne. Und wenn der Mars also in Spannung zur Sonne steht, dann wird man immer leicht gereizt. Das bringt euch natürlich auch viel Schwung für die Karriere, aber ihr solltet es eben nicht übertreiben. Es kann auch sein, dass ihr gereizt seid wegen beruflicher Anforderungen. Das wird dann irgendwann heikel, wenn der Mars dann schießt sich hier ins Quadrat zum Saturn geht. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall. Ja, dann haben wir auch einen interessanten Aspekt. Sonne geht in Opposition zu Neptun. Das ist bei euch auf der Achse Familie und Karriere. Und das kann sehr gut sein, dass zum Beispiel da ein Schütze, der sich hier um jemanden kümmern muss, Tagträumer davon hat, was er eigentlich stattdessen lieber für seine Karriere tun würde. Oder auch umgekehrt. Das kann also eine konflikthafte Situation sein zwischen Job und Familie. Und dieser Aspekt, der geht dann über in den Vollmond. Der ist dann am nächsten Morgen, am Mittwoch um 9.02 Uhr auf der gleichen Achse. Und da ist ja das Thema Romantik, Täuschung und Mehrfachbeziehungen. Hier geht ja der Mond zusammen mit dem Neptun. Und das könnte dann gefährlich werden, wenn es bei euch Leute betrifft, die wichtig für die Karriere sind. Also da solltet ihr nicht zu sehr mit der Liebe rumspielen, wenn es karriereentscheidende Personen sind. Außerdem an dem Tag der Merkur, der ja gut zu euch stehen wird, wieder direktläufig im Löwen in der dritten Dekade. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am Samstag, den 9.02 Uhr. Da haben wir diese schöne Drachenfigur. Zeigt für euch ins 11. Haus der Freunde und auch der Förderer. Das heißt, gute Beziehungen mit Leuten, die euch fördern. Und da ihr gleichzeitig noch einen guten Aspekt vom Finanzhaus ins Karrierehaus habt, könntet ihr zum Beispiel auf Reisen oder bei einer Fortbildung Leute treffen, die euch auch beruflich weiterbringen. Dann der 10. September, auch wichtig. Da tritt nämlich dann auch der Merkur ins Zeichen Jungfrau und damit auch wieder in euer Karrierehaus und in Spannung zur Schützesonne. Also da hat man auch wieder Schwung und hat gute Ideen. Aber man muss auch gucken, ob sie eben auch gut bei den anderen ankommen. Am 12. September beginnt das Trigon der Venus für euch die dritte Dekade. Und am 13. geht auch die Sonne in der Jungfrau in die dritte Dekade ihres Quadrats zur Schützesonne. Und am 13. beginnt auch die schöne Flirtphase und die ist wirklich super, super, super schön für euch. Denn die Venus steht ja hier im guten Aspekt zur Schützesonne mit dem Mondknoten und bildet lauter tolle Aspekte zu Saturn, der ja bei euch im Zeichen steht, zu Jupiter, was euer Herrscher ist. Und dann auch noch am Ende der Phase zu Uranus, was wiederum neue tolle Begegnungen begünstigt. Also ich denke, da werdet ihr einen sehr guten Lauf haben. Und am meisten davon profitiert wohl die dritte Dekade. Allerdings haben wir in der Zeit auch hier die Sonne im Quadrat dann eben zu euch und zu Saturn. Das heißt, eine Karriereentscheidung, die ihr fällt, kann eventuell eurem Flirtglück im Wege stehen. Während dieser Zeit habt ihr zwei Top-Tage, nämlich Samstag den 16. und Sonntag den 17. September. Das ist für euch ein super Party-Wochenende oder ideal auch für einen Kurztrip in eine coole Stadt. Denn ihr könnt der Liebe hier mit Venus-Mondknoten auf Reisen begegnen. Nächster wichtiger Punkt ist der Neumond am 20. September. Für euch ganz wichtig, weil im Karrierehaus. Da könnt ihr also Fakten erkennen, die mit eurer Karriere zu tun haben und euch da neu organisieren und wichtige Entscheidungen auch für die Karriere treffen. Und eventuell ist es auch nötig, ein Familiengeheimnis aufzuklären, was euch irgendwie im Wege steht. Das ist eine sehr gute Zeit auch für Coaching und Beratung eben auch, wenn es um eure Berufung geht. Und außerdem tritt dann auch die Venus hier noch in euer zehntes Haus. Und da kann sich eine gewisse Liebesernüchterung breit machen, aber ihr könnt im Beruf einen sehr guten Eindruck hinterlassen. So, dann haben wir noch zwei spannende Konstellationen vom 20. bis 22. September, die für euch eventuell auch berufsentscheidend sind, weil wir da Merkur und Neptun haben. Das ist eine sehr starke Anregung der Fantasie und auch ein visionäres Denken und dann gefolgt von Merkur, Trigon und Pluto. Das heißt, ihr seid dann sehr verführerisch und überzeugend. Ihr könnt also andere jetzt von euren beruflichen und finanziellen Ideen begeistern und überzeugen. Am 22. September um 22.02 Uhr tritt die Sonne dann ins Zeichen Waage. Dann haben wir die Tag- und Nachtgleiche, dann ist Herbstanfang. Und für euch bedeutet das, dass die Sonne in ein schönes Sextil zur Schützesonne geht, also in einem schönen förderlichen Aspekt. Und in den kommenden vier Wochen rückt dann das Thema Freundschaft und gegenseitige Unterstützung in den Vordergrund. Das ist auch der Bereich der Gönner und Förderer. Das heißt also, entweder ihr findet dann Leute, die euch beruflich auch unterstützen oder ihr seid vielleicht auch selber gute Mentoren dann. Und außerdem geht an dem Tag auch das Quadrat von Mars in die zweite Dekade für euch. Und da müsst ihr dann entsprechend ein bisschen aufpassen. Dann haben wir vom 22. bis zum 30. insgesamt die Phase der erotischen Spannung mit den Oppositionen von Mars zu Neptun und dann anschließend von Venus zu Neptun. Das ist für euch wieder sehr spannend, weil es eben bei euch im Bereich von Karriere und Familie auch passiert. Was aber auch sehr spannend ist für euch, ist hier diese Opposition von Jupiter und Uranus. Da liegt also sehr viel erotisches Knistern, vor allen Dingen für die dritte Dekade in der Luft. Da wird es nochmal richtig spannend, denn das ist ja euer Herrscherplanet und das verspricht sehr aufregende Begegnungen. Die anderen Planeten deuten darauf hin, dass ihr vielleicht einen Flirt mit der Chefetage anfangt, was aber auch einen kleinen Skandal auslösen könnte. Oder dass Verstrickungen und die Hilfsbedürftigkeit eines Familienmitglieds euch dazwischen funken. Am 30. September haben wir dann schließlich den Eintritt von Merkur ins Zeichen Waage, der dann auch in einem guten Aspekt zur Schützesonne steht und Gespräche und guten Austausch mit Freundschaften und Unterstützern fördert. Ja, meine Lieben, das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch natürlich sehr gerne und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangstorff.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Und wenn ihr eine einzelne gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen und wer dann gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier bitte einen netten, interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, wie ihr meine Horoskope so nutzen könnt oder auch was ich besser machen könnte und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch nochmal das Video Special Folge deinem Herzen an zum aufsteigenden Mondknoten im Löwen. Alles Gute mit den Sternen!